Wiederholsam, alles gut, danke. Selbstvertrauen. Okay, gut. Berlin dürfte bei 20 Größen mit dabei sein, würde ich schon. Noch ein paar Tipps extra auf dem Koffer. Jetzt haken wir die zwei gleich ab, oder? Also Berlin ist dabei, oder? Ja. Ich nehme London. Dann nehme ich Paris. Ich nehme Moskau, tippe auf die Eins. Dann nehme ich Madrid. Oh. Barcelona. Wien. Lissabon. Platz 21. Scheiße. Wir machen nochmal weiter. Prag. Mainland. Marseille. Platz 22. Ist Valencia noch drauf? Oh ja, das gefällt mir sowas. Ich muss anfangen. Komm, ich fang an. Mallorca. Länder, Achtung. Deutschland wird das definitiv als eigenständiges Land angesehen, oder? Ja gut, dann sind wir bei Spanien definitiv mit dabei. Österreich. Schweiz. Und wir sind schon wieder raus. Das kann auch nicht sein, oder? Thailand. Achso, nur Europa, ey. Ich höre echt nicht zu, ja? Italien wird da wohl jetzt dabei sein, oder? Niederlande. Portugal. Ich las das heute. Hat keinen Sinn. Du musst auch ein paar Klischee, ist eine Blödheit der Fußballer bedienen. Ja, eben. Absolut. Du hast recht. Da bin ich, oder du? Komm, schieß los. Russland. Ja, genau das wollte ich auch nehmen. Jetzt bin ich schon überlegen. Amerika. Ist nicht dabei, pass auf. Da muss ja Alaska dabei sein, oder? Komm, bring die Hupe. Jawoll! Kanada. Danke. Dumm, sag ich Alaska. Ja, jetzt hinterher sagen, du hast eigentlich Kanada gemeint, ne? Ja, eigentlich, ja. Ich gucke doch drauf an, oder?